Ich bin Diem Sam und ich mache ein Working Holiday in Hongkong. Willkommen zurück zum vierten und letzten Vlog über die AniCom & GamesHK Convention. In diesem Teil besuchen Tommy und ich die Elephant Pop Art & Toy Show, welches auch Teil der Convention ist. Und damit wünsche ich euch auch schon viel Spaß mit diesem Vlog. Vielen Dank. Hallo. Vielen Dank. Nein, nein. Teeueue. Das ist nicht möglich. Kommt, komm! Wir haben noch zwei, drei. Das ist nicht möglich. Das ist gut. Das ist gut. Wow. Das ist gut. Das war's für heute. So, die Anikom und GamesHK schließt in wenigen Minuten, ich verabschiede mich dann schon mal, liked, teilt oder abonniert meinen Kanal, um keine neuen Vlogs zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, zeug ihn und bis zum nächsten Vlog.